Mündliche Abiturprüfung in Erdkunde bzw. in Geografie und meine besten drei Tipps hierzu. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn bei dir Erdkunde oder Geografie als mündliche Abiturprüfung bevorsteht, dann ist das genau das richtige Video für dich und dementsprechend lass uns direkt in den ersten Tipp rein starten. Und zwar ist dieser, dass du wirklich den globalen Kontext und auch vielleicht die heutige Bedeutung des jeweiligen Themas beachtest. Das heißt, egal um was es jetzt geht, ob es um irgendwelche Kontinentalplatten geht, ob es um die Affen geht, ob es um den Fluss, Wind, was auch immer, versuch das Ganze in einem größeren Kontext zu betrachten. Das ist ganz, ganz oft auch zum Ende der München Abiturprüfung, das gilt auch gewissermaßen für jedes Fach, aber ich denke vor allem in Geografie, das ist ein ganz, ganz starker Fall. Dass der Lehrer aussehen möchte, wie sehr kannst du über alles hinausdenken. Dass du halt nicht nur alles irgendwie auswendig gelernt hast, sondern dass du wirklich auch drüber hinausgehen kannst, dass du wirklich auch verstehst, okay, auch wenn das jetzt nichts war, was du im Unterricht spezifisch besprochen hast, aber was kann es denn bedeuten für XY? Was bedeutet das Thema für die Entwicklungsländer? Wie kann sich, welches Thema es auch immer ist, ob es Agrarlandwirtschaft oder was auch immer ist, wie kann sich das im nächsten 10, 20, 30 Jahre entwickeln? Dass du da eine Meinung hast, dass du da auch die Bedeutung erkennst und dass du so dann vielleicht auch mit Transferantworten grenzen kannst und so eben auch in die höheren Punktebereiche kommst. Zweitens, skizzieren können und mit Diagrammen arbeiten. Unglaublich wichtig in Geografie, weil es ist ja schon mal ganz cool, wenn du zum Beispiel so einen Fluss erklären kannst oder die Evolution oder was auch immer gerade bei euch Thema ist. Das ist schon mal super gut, aber oftmals, und das bietet sich halt gerade in Geografie super stark an, erwartet der Lehrer auch, dass du es irgendwie skizzieren kannst. Deswegen übt auch das schon nacheim und vor allem auch, lernen mit Tabellen, mit Diagrammen, mit dem Atlas, mit was auch immer umgehen zu können, weil es ist einfach so einladend für den Lehrer, euch irgendwas im Atlas vorzulegen und ihr solltet einfach was dazu sagen oder erklären, warum das so ist. Und ihr solltet eine Tabelle, vielleicht einen Temperaturverlauf oder so auswerten lassen, was auch immer gerade bei euch euer Thema ist. Egal was es ist, lernt nicht nur die Sachen, die ihr aufgeschrieben habt, auswendig oder versucht zu verstehen, sondern arbeitet auch gleich in der Vorbereitung mit Skizzen, mit Diagrammen, mit Tabellen, mit dem Atlas. Einfach, dass ihr da drin seid, weil die Chance ist extrem hoch, dass euer Lehrer das in der jeweiligen Prüfung auch echt verwenden wird. Drittens, erkenne die Zusammenhänge zwischen den Themen. In Geografie ist es sehr oftmals so, dass man vom einen Thema sehr gut in das andere Thema übergehen kann. Und auch wenn wir es vielleicht oft so lernen, wird es der Lehrer trotzdem ein bisschen anders gestalten. Das bedeutet, nur weil, ich sag mal, du quasi das eine Thema so einfach nur für sich gelernt hast und dann das andere Thema nur für sich gelernt hast und nicht so wirklich die Zusammenhänge dazwischen erkannt hast, bedeutet das nicht, dass der Lehrer nicht auf diese Zusammenhänge eingehen wird. Deswegen, es kann oftmals sein, dass der Lehrer sagt, okay, jetzt haben wir gerade das besprochen und ich würde gerne als nächstes das besprochen, oder jetzt haben wir das besprochen und das besprochen, was sind denn die Zusammenhänge dazwischen. Also, wie wird zum Beispiel ein Fluss vom Wind beeinflusst oder wie beeinflusst irgendwie die Landwirtschaft auch die Entwicklung über die nächsten Jahre der Entwicklungsländer und so weiter. Egal was es ist, einfach, dass du da auch schon im Voraus überlegst, okay, gibt es auch irgendwelche Sachen, die zwischen den Themen sind? Wie beeinflusst die eine Sache die andere Sache, damit du da dann nicht so ins kalte Wasser geworfen wirst, wenn der Lehrer eine entsprechende Frage stellt. Und ich meine, im Endeffekt wird es immer so sein, dass der Lehrer erstmal die Fakten und die Erklärungen und so weiter abfreckt. Aber gerade dann, wie eben auch schon einleitend gesagt, gerade zum Ende der mündlichen Abiturprüfung will der Lehrer auch oft nochmal sehen, wirklich zu merken, okay, hast du es wirklich verstanden? Hast du weiter darüber nachgedacht? Deswegen mach das schon in deiner Vorbereitung, damit das dann für dich wesentlich einfacher ist, wenn es dann in der Prüfung auch wirklich drankommt. Und dementsprechend denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.